Willkommen! Heute habe ich eine ganz besondere Garnitur für Sie. Und zwar die Willi Schillig Garnitur 183 55 Sofa Classics als dreiteilige Ecke in Longlife Leder Farbe Taupe. Was kann ich über diese Garnitur sagen? Nun, Sie haben einen ergonomisch sehr sinnvollen Sitz, einen kurzen Sitz, auch ideal für kleinere Leute, mit Federkern im Sitz. Sie sitzen hier richtig gut drin. Also wenn Sie lieber sitzen wollen, statt glümmeln, ist das Ihre Garnitur. Sie können natürlich auch liegen. Die Armlehnen dazu sind ideal geformt. Sie können hier liegen, Sie können hier liegen und Sie können natürlich auch im Eck liegen. Und Sie haben hier eine Kopfstütze. Diese Kopfstütze können Sie anbringen hier. Hast du Beschlag? Und Sie können sie anbringen hier. Dort nicht, weil dort bräuchten Sie eine breitere. Es ist eine Kopfstütze, wie gesagt, dabei. Hier sind Aussparungen. Deshalb passen Sie hier und hier. Und damit haben Sie echten Hochlenk-Komfort. Lederstrapazierfähig, Form grazil, Sitzperfekt. Suchen Sie sowas, dann ist es vielleicht so verklässigst das Richtige für Sie. Würde mich freuen. Einmal gibt es diese Garnitur. Schnappen Sie zu! Dankeschön und Tschüss! Dankeschön. Vielen Dank.